Was geht ab Champs? Mein Name ist Dean Tramp und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Und ja, ich bin am Wochenende auf Flohmärkten unterwegs und suche dort nach Schnäppchen. Da suche ich nach sehr vielen Dingen, nach Konsolen, Videospielen, Comics, Figuren, Trading Cards und so weiter und so fort. Also wirklich von bis Popkultur und im Bestfall alt. Ja, so Vintage, Retro Sachen sind so mein Gebiet, mag ich am liebsten. Und ich war wieder unterwegs und habe Spielsachen gefunden. Und ich glaube, das interessiert euch hier auf diesem Kanal. Auf meinem Hauptkanal Dean Tramp habe ich dazu eben das Live-Flohmark-Video hochgeladen. Das könnt ihr euch gerne in der Infobox reinziehen, beziehungsweise ich pinne es euch gerne als Kommian. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ich zeige euch die Sachen und zudem sage ich dann eben auch, was ich bezahlt habe. Oder vielleicht kriegt ja der ein oder andere auch ein gutes Gefühl, dadurch, dass ich die Sachen zeige, nostalgie-technisch. Ja, wir haben hier einen Trendmasters Godzilla. Ist meine Lieblingsreihe. Ich mag eben diesen Godzilla. Es gibt ja viel mehr. Es gibt auch noch ältere. Aber ja, ich habe mich für diesen hier entschieden. Da haben wir den Stand noch dabei. Das ist relativ selten. Dementsprechend cool. Und wenn man den Fuß bewegt, dann macht er hier seinen Maul auf und zu. Ja, extrem nice. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Kennt ihr diese Spielzeuge? Das sagen, das Silber ist hier echt schön in der Figur verarbeitet. Und ja, an sich habe ich hierfür 20 Euro bezahlt. Ich habe nicht verhandelt. Habe ihn so mitgenommen. Damit war ich zufrieden. Dann machen wir mal weiter mit diesen beiden Wrestling-Figuren hier. Ja. Kennt ihr es wahrscheinlich. Beziehungsweise in meinen Augen auch wirklich die besten Wrestling-Figuren. Die ganz alten. Da einen Hulk Hogan. Da einen Bret Hart. Da einen Undertaker. Finde man heutzutage auch nicht mehr so häufig. Ich habe für diese beiden hier 5 Euro zusammen bezahlt. Und ich habe sie bereits. Dann geht es weiter mit einer Figur, die ich selber richtig, richtig nice finde. Es ist dieser Mattel Mufasa. Ja. Kennt man. Mag ich. Ich suche dazu noch Scar und den Felsen gerne melden. Dann feiere ich einfach. Damals sowieso König der Löwen. Absolut klassisch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ey. Ich weiß es noch wie heute. Dann machen wir weiter mit diesem Plüschti hier. Es ist ein Mautzi. Es ist ein Vintage-Mautzi. Hier haben wir noch das Tag dran. Und ja. Fünfer war es hier bei dem Mautzi. Ich sage mal so. Das kann man machen. Ich war in einem Stand. Da waren viele Plüschtiere dabei. Aber ich interessiere mich eigentlich nur für die alten Sachen. Wenn mein aktuelles Plüschtier dabei ist. Dann muss es definitiv günstig sein. Ich habe hier gut und gerne 5 Euro für das Mautzi bezahlt. Und ja. Das hier ist die nächste Figur. Die ich auch gefunden habe. Es ist ein Tarzan mit Arm. Der sich bewegt. Das ist sein Action-Feature. Wer mich nicht alles täuscht. War hier noch so eine kleine Zwille dabei ums Handgelenk. Und es war noch eine Schlange dabei. Ja. Das ist die Figur. Ja. Vielleicht gehörte noch mehr dazu. Aber ich erinnere mich daran, dass ich den damals selbst hatte. Und da auch noch so 2-3 Teile in der Verpackung dabei waren. Mattel. Tarzan. Richtig cool. Generell Tarzan sowieso. Es ist eine große Figur. Riesenfüße hat der Mann hier. Ich habe für die Figur und ein Brettspiel. 11 Euro gemeinsam bezahlt. Es war ein Harry Potter Brettspiel aus den 90er Jahren. Circa 2001 müsste es gewesen sein. Und ja. Habe ich gerne mitgenommen. Feiere ich. Muss ich noch so ein bisschen säubern mit dem Zauberschremm. Übrigens sehr, sehr nice Dinger. Kann ich euch auch mal in die Infobox packen. Dann geht es weiter mit Plüschtieren. Inni haben wir. Patamon haben wir. Digimon. Weiter mit Digimon. und 2 Pokémon Plüschtiere. Die habe ich so nebenher mitgenommen. Hier und da mal 2 Euro. Mal 1,50. Und so weiter und so fort. Ging klar. Und ja. Nehme ich gerne mit. Ich nehme auch immer gerne die McDonalds Plüschis mit. Ob das nun Disney ist. Ob das nun Pokémon. Und so weiter und so fort ist. Da gab es damals richtig coole Sachen bei Burger King und McDonalds. Da muss man definitiv die Augen nachhauen. Dann geht es weiter mit diesen Power Rangers Waffen. vom schwarzen Ranger, vom blauen Ranger und vom roten Ranger. Sehr dreckig. Der ganze Spaß. Ich habe wenig bezahlt. Unter 10 Euro. Es müssten 5 Euro gewesen sein. An dem Stand habe ich davor noch weitere Sachen gekauft. Die zeige ich euch gleich. Und ja. Die kann man theoretisch zusammenbauen. Zusammenbauen zum Schluss hast du dann eine Ultra Waffe. Habe ich hier in meinem Regal stehen. Seht ihr dann auch im Flohmarkt Video. Dann geht es weiter mit diesem großen Digimon Plüschtier. Die Augen sind leider etwas bespielt. Achte ich immer drauf. Ich mag das nicht, wenn die so zerkratzt sind. Habe ich aber für 1,50 trotzdem mitgenommen. Ich denke, das geht hier noch klar. Ja, meine lieben Freunde. Das ist die Tüte, die mir am meisten gefällt. Wenn ich ehrlich bin. Ich packe sie aus mit euch. Machen wir das mal so. Starten wir mit den beiden. Bluebird. Wenn wir hier das Gehäuse öffnen, dann sehen wir den Max. Mighty Max heißt das Ganze. Und da gibt es dann einige kleine Miniaturwelten. Kennt man Polly Pocket für die Mädels damals. So, hier sind auch noch zwei dabei. Dann haben wir ihn hier. Mit der Kettensäge. Ja, und die Figürchen sind natürlich immer beliebt, weil die fehlen halt auch häufig. Mag ich. Hatte ich auch ein paar. Nicht viel, aber ein paar. Und ja, das reicht mir, um diese Dinge mitzunehmen. Dann haben wir hier ein paar Starter. Uiuiui. Beyblade. Und drei Vintage Beyblades. Meine lieben Freunde. Ich habe hier für alles 15, 17 Euro bezahlt. Ja. Für die ganze Tüte sozusagen. Und ja, für mich persönlich ein Highlight. Denn ich habe dieses Beyblade hier schon so lange gesucht. Es ist der Galeon. Mag ich einfach von den Farmen her. Und ich mag ihn, weil ich ihn damals selbst besessen habe. Da hat man dann besonders Bock drauf. Ja. Leider ist er hier gebrochen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hätte ihn gerne vollständig. Aber ja, was willst du machen? Ich freue mich trotzdem, ihn so zu besitzen. Er ist nicht ganz so wertvoll. Aber ich habe jetzt wirklich lange Jahre danach gesucht. Dann haben wir ihn hier noch. Und wir haben hier noch den Gallmann in, ich sag mal so, Flieder-Optik. Bisschen lila, grün. Schöne Farben erinnert so ein bisschen an die Turtles. Richtig cool. Wir haben hier noch den, ja, ich sag mal Kämpfer da drauf auf der Plakette. Die fehlen auch ab und an. Sieht man dann so. Die kann man dann da reinklemmen. Und das ist der dritte. Mit noch einem kleinen Action-Feature hier unten. Und in der Regel war es das dann für diesen Tag. Meine lieben Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Funden in die Kommentare. Was war euer Highlight? Und ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden damit. Ich war etwas später auf dem Flohmarkt unterwegs. Und ja, umso später, umso weniger findet man heutzutage. Aber im Großen und Ganzen habe ich trotzdem noch schöne Sachen gefunden. Vor allem hier die Beyblades. Ich mag den Mufasa. Ich finde den Tarzan geil. Und so bin ich dementsprechend mit der Gesamtausbeute sehr zufrieden. Meine Lieben, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, macht es gut und ciao. Ciao.